herzlich willkommen zur weiteren video auf unserem kanal sofort und gleich so leute wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt dann die news gerne im item-shot den creator-code sofort und gleich ttv darauf annehmen drücken und dann unterstützungs kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video so leute wir gehen in einem shop vom 6.7 2019 oh mein gott ruby ruby dies lady ist hot 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 streifen schlitzer gibt es noch als picke wo bist du denn gerade drin dann find ich persönlich ganz nah ist richtig 4,185 bei 84 motor am 27 august 17 august so dass ein schock gewesen 30 mal so der überholer der ist mega cool kriegt auch von mir 9 von seien sogar 3,985 bei sie macht die muss also 17 august 2018 schocken wie sein 12 mal noch nur 50 reminders heute gehen es echt anstecken weiße böe auch ein cooler gleiter direkt von mir 9 von 10 14 von mir auch bei 34 woche 17 august 2018 der schock gewesen 13 mal 24 woche sind auch eine zeitgleiche auch solche ja natürlich auch eine familie gibt es immer sind da gemacht 6 8 5 bei 34 woche 17 august 2018 schock gewesen neun mal und neun 20 gewollt die geschaffen mega geil das teil war das ist meine bild nur wenn man sie in den branchen die ganze bildung haben eine schaffel auch zehn von zehn dospirol von 5 5 bei ihmAC im water am 13 juni 2019 der schocken ist sechs mal und sieben und siegenden blagramm und blammer braucht richtig sehr gut von den obenürfen grüßes ein auch 3,45 38 22 juni 2019 fahrtfinderin fahrtfinderin mega lange nicht mehr im shop gewährleicht und guck mal bitte nach wann die sind zwar betrunken ist anstagen so wann war das denn 28 februar 2019 das letzte mal treffen gewesen ewig lange her fahrtfinderin fahrt wie wachs ja aber toll finde es trotzdem nicht formiert vier von zehn drei von zehn ein von zehn 3,65 30 wo es am 12 mal das papierflugzeug finde ich mega cool das kriegt von mir zehn von zehn die idee finde ich mega geil für 800 wie wachs ja von mir liegt 8 von 10 4,295 bei 31 die wurz war es am 6 januar 2019 schock gewesen 10 mal dreht es mal ein bisschen dreht es mal ein bisschen guck mal da drin ist das ein alien ja goldig so ganz spagat haben ein geiles clip video dazu wo ich damals den kompletten spinnt mit durchgemacht habe dance battle glaube ich müsste das sein für 500 wie wachs jetzt oben rechts verlinkt 10 von 10 hier gerade so sieben vor fünf bei 26 worte am 9 juli 2019 ranger genau das gleiche auch wieder ewiglich lange schon nicht mehr im shop gewesen finde ich auch nicht so toll kriegt von mir auch drei von zehn wann war das letzte mal im shop 26 april 2019 vor 163 haben okay von mir einfach 10 35 30 31 oktober 2017 schock gewesen 8 mal ein so jetzt kommen wir zu den neuen items von heute der streifen schlitzer hau mal da drauf hier auf den werkzeug effekt bitte ja finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll das teil so die himmelsstreifen dreht das mal ein bisschen das sieht ja finde ich auch 500 wie wachs kostet das teil als drei gemein dass keine bewerbung ist jetzt ruby so aber das hier bitte so mal an die ran also das ding ruby ist ja wohl mal wirklich der ober knaller mega knaller und das geile an diesem skin finde ich diese diese lady ist wirklich heiß das geile an diesem skin ist tatsächlich dass du diesmal hier nicht irgendwie diese standard no skins als basis hast ja sondern es ist wirklich ein richtig komplett neuer skin mega cool sieht richtig geil aus kriegt von mir zeige mal noch bitte das backpack kriegt von mir definitiv zehn was ist denn das links also sind das ein kopfhörer man sehen was ist das rechts rechts sollen es sein ein regenschirm ja auch zuversichtlich meinst du siehst du sagen wie das aussieht aber jetzt ganz kurz einmal das mutige einblenden und ich würde sagen dass der schock wie vor mir da wird ganz einfach absolut laufig 6 14 da wird 330 ist mehr und 690 mädchen zentraler das von euch